Hallo, Herr Wommelsdorf. Haben Sie ein bisschen Zeit? Ja. Sie waren ja gestern mit Ihrer Familie unterwegs. Und, wie war's? Schön. Ihre Tochter möchte ja in der nächsten Woche wiederkommen. Wäre das in Ordnung für Sie? Ja. Nun beginnt ja gleich das Mittagessen. Ja, ja. Haben Sie denn ein bisschen Appetit mitgebracht? Ja, ja. Nach dem Mittagessen werden im Foyer Volkslieder gesungen. Hätten Sie Lust mitzumachen? Ja. Oder möchten Sie nach dem Mittagessen erstmal etwas verschnaufen? Ja. Ich würde Sie jetzt gerne zuerst einmal in den Essenssaal begleiten. Ja. Herr Wommelsdorf, ich suche jetzt noch kurz Ihre Jacke und dann können wir auch aufbrechen. Ja. Irgendwo muss doch diese Jacke sein. Ja. Herrgott, wo ist diese Jacke denn jetzt? Ich bin ja nicht so gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020